Meine lieben Freunde, ich bin Manuel Hafner an der Stimme. Ich werde diesen Mittwoch am 16. Mai mit meinen wunderbaren Freunden im Rockstuhl innerhalb Turren ein Konzert geben. Ein Konzert der Superlative, meine lieben Freunde. Ich erwarte mir zahlreiche Unterstützung von Ihnen, von unseren Freunden, von unseren Fans. Nicht nur für mich, meine Freunde, nicht nur für mich. Ich bin ein bescheidener Mensch. Auch für die Vorbands, die spielen werden, wie eine Band aus Mönchhoff, die Hurricanes, die sehenswert sind. Auch andere Freunde von mir, wie die String Art Experience werden, ihre Lieder zum Besten geben. In dieser Band spielen ein wahrlich guter Freund von mir mit, meine lieben Freunde. Aber nicht nur für die Musik, meine Freunde, nicht nur für die Musik. Auch für den Besitzer des Rockstuhls ist es wichtig, wenn zahlreiche Besucher seine Gaststätte, sein Lokal, seinen Stuhl besuchen, meine lieben Freunde. Er, wir, nicht nur er, wir alle würden uns sehr freuen. Und ich will mich im Namen von Manuel Hafner recht herzlich bei Ihnen bedanken für das Kommen. Vielen lieben Dank. Es wird ein wunderbarer Abend, wo sehr viel Freude und sehr viel Spaß dabei sein wird, meine Freunde. Dankeschön, Dankeschön. 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 Dankeschön.